Musik Wir haben hier den Revolution Pro 2 Controller von Nakuni in der Hand und durften ihn für euch testen. Auf den ersten Blick recht edel verpackt, doch nicht die Verpackung ist das Wichtigste, sondern der Inhalt. Deswegen weg damit, schauen wir uns das Innere an und so sieht der Controller aus. Sehr edel, wie schon der Vorgänger besitzt der Revolution Pro 2 Ähnlichkeiten mit dem Xbox Controller und das wird definitiv auf jeden Fall die freuen, die einen Xbox Controller dem Playstation Controller vorziehen. Doch auch ich als jemand, der den Playstation Controller bevorzugt, muss sagen, dass dieser Controller sehr gut in der Hand liegt. Alle Tasten sind recht gut erreichbar, egal ob es die Schultertasten sind oder die Extratasten auf der Unterseite des Controllers. Die matt-schwarze Gummierung auf der Oberfläche des Controllers ist zwar recht glatt gummiert, aber sehr griffig. Besser als bei einem Xbox One Controller und etwas griffiger im Vergleich zu einem PS4 Controller. Der Controller besticht mit einem Analogstick mit 46 Grad Rotation, damit ist eine sehr gute Handhabung garantiert. Der linke Stick ist nach innen gebeugt und der rechte hingegen nach außen gewölbt. Da hat Nakun nicht viel verändert, so war es auch schon bei seinem Vorgänger und das ist auch gut so. Zwar leicht gewöhnungsbedürftig, aber sehr angenehm. Die Sticks reagieren extrem gut und vor allem auch schnell. Gerade beim Spielen ist keinerlei Verzögerung zwischen Bewegung des Sticks und Ingame-Reaktion erkennen. Das könnte aber auch am mitgelieferten Kabel liegen. Die Aktionstasten sind etwas größer als beim Sony DualShock und liegen näher zusammen. Sie lassen sich sehr gut klicken und reagieren wie auch die Sticks sehr schnell. Ähnlich wie der Xbox Wireless Lite verfügt auch der Revolution Pro auf der Rückseite über vier Extra-Tasten. Diese Knöpfe sind so platziert, dass sie sich angenehm mit dem Mittelfinger bedienen lassen. Was wir auch noch auf der Rückseite haben, ist ein Schalter zum Wechseln der Modis. Drei Stück besitzt das Ding, im Vergleich der Vorgänger hatte nur zwei. Und im Pro-Control-Mode ist das Gamepad quasi ein ganz normaler klassischer PS4-Controller mit allen Funktionen und mit den Vorzügen des Nakun Pro 2. Auch die Tasten auf der Rückseite sind verwendbar. Das war im Vorgänger zum Beispiel nicht möglich. Der zweite Modus ist der Advanced Mode mit der Möglichkeit der individuellen Anpassung. Also für alle Pro-Gamer hervorragend. Bis zu vier Profile kann man mit der Zusatzsoftware erstellen. Egal ob man halt eben da eher einen PC oder einen Mac hat. Der dritte Modus ist für alle PC-Spieler. In diesem Modus kann der Controller am PC als Gamepad verwendet werden. Auch hier kann man wie im Advanced Mode vier Profile über die Konfigurationssoftware am PC erstellen und verwenden. Eine weitere Funktion bzw. ein weiteres Feature, das der Nakun Revolution Pro 2 besitzt, befindet sich hier im Griff. Mit dem dazugehörigen Schlüssel bzw. mit dem dazu gelieferten Schlüssel können wir kleine Fächer rausziehen. In diesen Fächern passen idealerweise diese kleinen silberfarbigen Gewichte und somit können wir das Gamepad mit Gewichten bestücken und so den Controller erschweren. Das führt dazu, dass das Gamepad besser in der Hand liegt. In den Fächern sind jeweils zwei Slots zu finden. Somit können wir bis zu zwei Gewichte einfügen und wir können uns entscheiden, welche der drei unterschiedlichen Gewichtsgrößen wir uns aussuchen. 10, 14 und 17 Gramm maximal wären also 31 Gramm möglich. Bevor wir aber jetzt zum Schluss kommen, noch kurz der Lieferumfang. Ausgeliefert wird der Nakun Revolution Pro 2 Controller nicht nur in dieser recht edlen Verpackung, sondern enthält ein 3 Meter USB-C Kabel und extra Gewichte, auf die wir in diesen Test schon eingegangen sind. Eine kleine Tasche mit Nakun Logo für den einfachen Transport zu freuen oder Events. Zusätzlich ein Putztuch, Gebrauchsanleitung und Aufkleber. Hältlich ist der Nakun Revolution Pro 2 Controller aktuell schon ab ca. 90 Euro. Unser Fazit, ob ein Otto-Normal-Zocker diesen Controller braucht, ist dahingestellt. Der Controller richtet sich definitiv an Hardcore-Zocker und Nakun hat die Schwachstellen der ersten Generation behoben und mit den drei Modis sogar auch für PC-Spieler attraktiver gemacht. Ob man nun die Xbox-Anordnung der Analog-Sticks mag oder nicht ist wie immer Geschmackssache. Ja, das war unsere Review zu diesem Schmuckstift, den Nakun Revolution Pro 2 Controller und wenn euch die Review gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen, wie natürlich über eure Kommentare und eure Abos. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.